grüßlich selber sind wir kommen auf dem schockplatz wo ich hingehöre mit den hinterlädter als für sie immer nur ich habe tüftel mit ein schönes 70 Prozent erreicht hat dann krieg ich eine Benachrichtigung bis jetzt nicht die weil hat jemand sonst ich habe eine Kettensäge ich kann One Hütten aber es ist super schwer mit der zu spielen ich habe mein bestes schade hier da ha 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 da 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 ja ich komme doch schon ha 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 Ja, ich komm schon. Boah. Noch eine Cloudens. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Ich bringe mich da oben hin, oder? Die wiggelt ja nicht mal. Jetzt fängt sie erst an, oh Gott. Oh. Aber mein Hammer nicht so lang. Oh, shit. Ich verkack's gerade. Mann. Ja, die hat sich umgebracht. Warum? Warum? Nee, egal. Hab ich schon gerade jemanden gehört? Mann, okay. Ist da jemand? Nee. Nein. Dann da hinten ein bisschen. Kommt raus, kommt raus. Pipipipi, pipipi. Pipipi. Aha. Ja. Schade. Hm. Wo sind die denn? Bestimmt jetzt alle da hinten. Schraubplatz ist auch so groß, Mann. Oh, der Schraubplatz ist auch so groß, Mann. Oh, der Schraubplatz ist auch so groß, Mann. Ach. Ach. Ah. da oder er ist irgendwo einer angehütet wenn irgendwo keine ahnung ich hab jetzt nicht drauf geachtet der das ist glaube ich oder der dahin so ja was geht ab so dann jetzt einmal mehr merkt er schon clodett es zu anstrengen dieser kettenwäge zu spüren Man hat das so ganz kleinen Winkel auch nur. Ja, ich hab's komplett nach links gelenkt. Oh! Nein! Ist hier noch eine Palette? Äh... Okay. Auch eine gute Idee zu sterben. Oh, hier ist die Palette. Ach, das... Ach, das... Oh, Mann. Oh, Mann. Hm. Jetzt gibt's ein save-turn. Ja. Hm. Ja, da ist der Switch Max. Wo ist hier denn? Hier sind wir schon da hinten hin gerannt. Ja. So. Auch sein erster... Haken. Hm. Ja, die hat sich jetzt gehalten. Die hat nen Madgit. Ne, die hat nen Taschen... Die hat schon irgendwo Madgit gefunden. Oh. Oh. Biss. Das ist mein Madgit. Das ist mein Madgit. … Okay. So schnell kannst's auch gehen. 8 Mann kommen wir mal durcheinander weil ich mehr Max aber als Claudette Mac Claudette das war ja ja, war eine gute Runde ich sag das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Ciao Ciao